In Ingeborg Bachmanns Geschichtenzyklus Das 30. Jahr von 1961, konkret in der darin enthaltenen Erzählung »Alles«, heißt es, Zitat, »Alles ist eine Frage der Sprache«, Zitat Ende. Natürlich ist es eine Binsenweisheit für jeden einigermaßen politisch denkenden Menschen, politisch selbstverständlich im Sinne Karl Schmitz, der in seinem Begriff des Politischen in der Fassung von 1932 ebenso erläuterte, weshalb der Sprachgebrauch eine derartige Bedeutung hat und gleichzeitig so enorm viel über die Intention des Sprechenden verrät. Zitat »Erstens haben alle politischen Begriffe, Vorstellungen und Worte einen polemischen Sinn. Sie haben eine konkrete Gegensätzlichkeit im Auge, sind an eine konkrete Situation gebunden, deren letzte Konsequenz eine Freund-Feind-Gruppierung ist. Man werden zu leeren und gespenstischen Abstraktionen, wenn diese Situation entfällt. Worte wie »Staat«, »Republik«, »neutraler oder totaler Staat« und so weiter sind unverständlich, wenn man nicht weiß, wer in Konkreto durch ein solches Wort getroffen, bekämpft, legiert und widerlegt werden soll. Wir haben es heute in der medialen Berichterstattung wie auch in staatsmännischen Einlassungen mit einer hochpolitisierten Sprache zu tun, die sich unter dem Deckmantel überlegener Sachlichkeit wesentlich Kategorienverschiebungen und rhetorischer Kunststückchen bedient, um von einer halluzinierten Konsenskultur abweichende Standpunkte ins Ghetto des Unzurechnungsfähigen abzuschieben. So wurde in den vergangenen Wochen vor allem »Der Populismus« von einem bloßen Modus der Zustimmungsakkumulation, also einer strategischen Vorgehensweise zur Durchsetzung beliebiger Standpunkte, in den Rang einer eigenen Weltanschauung erhoben, die mit den arkanen westlichen Werten unvereinbar sei. In der Bewerbung eines sogenannten europäischen Mediengipfels las ich das so, Zitat »Populismus, Protektionismus und Provokationen bestimmen zunehmend die Politik in Europa. Sie sind hilflose und gefährliche Versuche, Antworten auf die Herausforderungen in einer komplexen Welt zu finden. Die Folge? Der Westen und seine Werte drohen zu zerfallen.« Eine Studie der TU Dresden betonte indes im Herbst 2018, dass »Der Populismus« entgegen des medial verbreiteten Klischees längst nicht nur durch die verschärfte Massenmigration nach Europa hinein seit 2015 befördert werde, sondern sich vielmehr aus diversen Quellen speise, darunter kollektive Kränkungs-, Abwertungs- und Deklassierungserfahrungen, ebenso wie Wohlstandschauvinismus und Ängste vor einer Entwertung der eigenen Lebensweise, der eigenen Kultur und der gemeinsamen Identität als Grundlage kollektiver Solidarität. Die Wiener Zeitung musste, scheinbar völlig überrumpelt, denn auch in einer Überschrift eingestehen, »Populismus geht auch ganz ohne Ausländer«, Zitat Ende. Wer sich davon eine Aufweichung der öffentlich-agitatorischen Front erhofft und bitten um ein »Mit uns reden«, einen »Verständigungswillen«, die »friedliche Führung des sogenannten Diskurses erneuert«, verkennt allerdings die Bedeutung dieser Feststellungen. Sie stehen lediglich für eine Ausweitung des diskriminierenden Populismusbegriffs auf alle konfliktträchtigen Themenfelder und bereiten den Boden für weitere Einhegungen derselben, durch immer neue Beauftragte, Beiräte und Ausschüsse zu verschiedensten Themen sowie eine gesteuerte mediale Informationsverwaltung, eine Meinungszucht. Was diesen politisch entpolitisierten Umgang mit Sprache im Zusammenhang mit dem Thema 1968 und die Folgen bedeutsam macht, ist der geläufige rhetorische Taschenspielertrick, die Existenz einer wie auch immer konkret definierten sogenannten Neuen Rechten als Gegenöffentlichkeit insbesondere auf die Umwälzungen des öffentlichen Raumes unter anderem in Deutschland und Frankreich im Jahre 1968 zurückzuführen. Bei Spiegel Online liest sich dieser quasi Plagiatsvorwurf dann beispielsweise so, Zitat »Es gab eine feindliche Übernahme des Erbes von 1968, und zwar durch den Neoliberalismus. Die Rechte tut so, als wäre sie gegen das Establishment gerichtet und wolle eine Revolution, aber sie imitiert die Revolte nur.« Diese Argumentation, so man sie so bezeichnen möchte, ist angesichts der unerwartet hartnäckigen Provokation durch dissidente Gruppen wie etwa die Identitäre Bewegung in verschiedenen europäischen Staaten in den letzten Jahren wieder verstärkt in Umlauf gekommen. Der Sinn dieser Projektion lässt sich auf den simplen Willen zum politischen Machterhalt eindampfen. »Unsere Vorläufer haben als Gegenkultur die hegemoniale Kultur in unserem Sinne verändern können. Nun gilt es, unseren Gegnern das Gleiche unmöglich zu machen.« Zum Problem wird dieser Vergleich allerdings erst mit seiner affirmativen Übernahme durch sogenannte neue Rechte, die die scheinbaren Errungenschaften der linken Studentenbewegung so zu ihrem raison d'être machen, ob nun als Nachahmer unter anderem Vorzeichen, mit der demonstrativen Zielsetzung eines Rollback oder gar im Sinne eines Amalgams beider Standpunkte, wie es sich sowohl bei Wortführern als auch bei Trittbrettfahrern die Identitären Bewegung findet. So befriedigend eine womöglich gar verhalten wohlwollende Assoziation mit dem Marsch durch die Institutionen der neuen Linken, wie sie zuletzt der Soziologe Thomas Wagner nicht ungeschickt in den Feuilleton einbrachte, oberflächlich erscheinen mag. Sie entpuppt sich spätestens dann als geistig-politische Brunnenvergiftung, wenn sie die politische Rechte abseits der ausgetretenen konservativen Parteipfade zu einer rein reaktionären Veranstaltung neidischer Kopisten degradiert. Kopisten einer sogenannten Bewegung, deren tatsächliche kulturrevolutionäre Wirkung zunehmend entmythisiert wird. Es in der Folge von konservativen, Rosttäuschern und besteilten Diskursmanagern über die angeblichen oder tatsächlichen Imitatoren gehöhnt wird, während diese allenfalls linken Berufsalarmisten zur vorgeblichen Beunruhigung gereichen, ist ihr selbstgemachtes Leiden. Klarzustellen ist, dass es sich bei der neuen Rechten mitnichten um eine epigonale Umkehrung der 1968er Kulturrevolution gehandelt hat und handeln darf. Mit dem Buch »Revolution von Rechts« liegt hierzu bereits seit mehr als 40 Jahren das quellensatte Grundlagenwerk eines Zeitzeugen vor, dessen Lektüre jedem Interessierten dringend anempfohlen sei. Es hat überdies mit der Studie »Die neue Rechte« des Instituts für Staatspolitik eine bündige Fortsetzung erfahren. Die Ursprünge dessen, was später das Etikett »Neue Rechte« angeheftet bekommen und es teils selbstbewusst, teils heftig widerstrebend tragen sollte, liegen in Deutschland deutlich weiter zurück als das angebliche Epochenjahr 1968. Bereits wenige Jahre nach Gründung der Bundesrepublik, unter westalliierter Kuratel, scheiterte der Versuch, unter Bedingung der Lizenzpolitik klassisch rechte Politik zu betreiben. Am 23. Oktober 1952 erließ das ein Jahr zuvor gegründete Bundesverfassungsgericht das erste Parteienverbot der BRD gegen die Sozialistische Reichspartei, kurz SRP. Diese war im Herbst 1949 um drei NS-Vorbelastete herum entstanden, die als »Gemeinschaft unabhängiger Deutscher« durch ein taktisches Wahlbündnis in den ersten Bundestag eingezogen waren. Die SRP befleißigte sich einer politischen Selbstinszenierung, die heute wohl ebenfalls als »Populismus« bezeichnet würde. Sie positionierte sich als Sprachrohr der von Vertreibung und Entnazifizierung betroffenen und gesellschaftlich Abgehängten, agitierte gegen die Besatzungsmächte und appellierte besonders intensiv an ehemalige NSDAP sowie Wehrmachtsangehörige. Wesentlicher Propagandist war Otto Ernst Rehmer, der als Kommandant des Berliner Wachbataillons den Putschversuch vom 20. Juli 1944 in der Reichshauptstadt niedergeschlagen hatte. Rehmers provokante öffentliche Auftritte und das offene Anknüpfen von SRP-Veranstaltungen an historische politische Ästhetik machten die kleine Partei schnell international bekannt und sorgten besonders bei den amerikanischen Besatzungsbehörden für Verstimmung. Damals formierten sich auch die ersten sogenannten »Breiten Bündnisse«. Man nannte das damals »Antiradikalistische Fronten«, die zahlreiche SRP-Wahlkampfveranstaltungen sprengten oder ihre behördliche Schließung erzwangen. Sie spannten sich vom Deutschen Gewerkschaftsbund bis hin zur national-konservativen Deutschen Partei, die das Abwandern ihrer eigenen Klientel zum radikaleren Konkurrenten befürchtete. Letztlich war es aber der bedenklich anwachsende Wahlerfolg der SRP, der das von ihr unablässig attackierte Bonner-System zum Durchgreifen zwang. 1951 zogen die Reichssozialisten mit 16 Sitzen in den niedersächsischen Landtag und mit 8 Sitzen in die bremische Bürgerschaft ein. Am 20. November beantragte die Bundesregierung die Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das Bundesverfassungsgericht, der 13 Monate später entsprochen wurde. Auch wenn dieses Verfahren zusammen mit dem fast zeitgleich beantragten, doch erst 1956 erfolgten Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Vor allem die Gegner der von Adenauer seit 1949 forcierten Westintegration der Bundesrepublik und insbesondere der bevorstehenden Wiederbewaffnung ausschalten sollte, war doch die Warnung unmissverständlich. Das damalige westdeutsche Machtkartell aus CDU, CSU, SPD und FDP würde keine parteiförmige Fundamentalopposition dulden und sich gegebenenfalls des Bundesverfassungsgerichts als Instrument bedienen. Bereits wenige Wochen nach dem SRP-Verbot folgte ein weiterer sogenannter Skandal. In der Nacht zum 15. Januar 1953 wurden unter Berufung auf alliierte Vorbehaltsrechte die führenden Mitglieder des sogenannten Naumann-Kreises von der britischen Militärpolizei festgenommen. Bei dieser diffusen Gruppe ehemaliger NS-Funktionsträger um den letzten Staatssekretär im Reichsministerium vor Volksaufklärung und Propaganda, Werner Naumann, sollte es sich angeblich um eine Verschwörung zur Infiltration der maßgeblichen bundesrepublikanischen Parteien handeln, insbesondere der seinerzeit mit einem starken nationalistischen Flügel versehenen FDP. Fest steht, dass mit der Zerschlagung des Naumann-Kreises nach dem Versuch der Etablierung einer radikal-rechten Oppositionspartei auch der Versuch der nationalen Kaperung einer bereits bestehenden Volkspartei krachend gescheitert war. Überdies verband bereits Sozialistische Reichspartei und Naumann-Kreis die wesentliche Gemeinsamkeit beinahe aller rechtsalternativen Parteienversuche in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die sogenannte mangelnde Staatsfreiheit der jeweiligen Organisationen, wie es im Jahr 2003 in der Begründung des Bundesverfassungsgerichts für die Einstellung des ersten NPD-Verbotsverfahrens formuliert worden war. Seinerzeit handelte es sich um den Juristen Rudolf Aschenauer, der als Verteidiger in den Kriegsverbrecherprozessen der Siegermächte sowie durch Gefangenenhilfe und Revisionsbemühungen gegen die Urteilssprüche der Tribunale bekannt geworden war. Somit offenkundig in hohem Maße für die Sache engagiert, wurde Aschenauer Anfang der 1950er Mitglied des Naumann-Kreises sowie Anwalt und Vertrauensmann des SRP-Vorsitzenden Fritz Dahls. Gleichzeitig stand er seit Frühjahr 1952 nicht nur in Kontakt zu Kanzler Adenauer, sondern war außerdem inoffizieller Mitarbeiter des Ende 1950 durch die Westalliierten aufgebauten Bundesamts für Verfassungsschutz. Nachdem Sozialistische Reichspartei und Naumann-Kreis beseitigt waren, wurde Agent Aschenauer abgeschaltet und konnte sich wieder seiner Tätigkeit als Die westdeutsche rechte Dissidenz ohne notwendigen Hang zur NS-Nostalgie musste in der Folge neue Wege der politischen Arbeit finden. Diese Suche nach neuen Ufern führte geradewegs in den sogenannten vorpolitischen Raum. Eine Vorreiterrolle hierbei kam dem 1956 in Heidelberg gegründeten nach eigenem Bekunden für die Souveränität des geeinten deutschen Volkes in einem vereinigten Europa eintretenden Bund nationaler Studenten, kurz BNS, zu. Diese erste auf die Sammlung und Fortbildung, Zitat, der von keiner Vergangenheit belasteten suchenden Hochschuljugend, Zitat Ende, ausgerichtete und sich dabei auf die Studentenbewegungen von 1813 und 1848 berufende Organisation wurde zwischen Januar 1960 und März 1961 in allen westdeutschen Bundesländern verboten. Was die Repression überdauerte, war die BNS-Zeitschrift Student im Volk, die rechtzeitig herausgelöst und in deutscher Studentenanzeiger unabhängiges Forum deutscher Hochschüler umbenannt worden war. Die zeitweilig auflagenstärkste Studentenzeitung der BRD. Im Umfeld dieser rechten Diskussionsplattform, sowie ihrem europanationalistisch und antistalinistisch orientierten Ableger, dem informellen Hamburger Theoriezirkel Legion Europa, fielen bereits Anfang der 1960er Jahre Wortführer wie Hartwig Singer, Gerhard Waldmann oder Alexander Eppstein, das sind Henning Eichberg, Wolfgang Günther und Sven Thomas Frank, auf, die durch ihr betont modernes, nationales wie soziales Revolutionärstum für Furore sorgten. Hinzu gesellten sich unter Klarnamen publizierende Autoren wie Lothar Penz und Wolfgang Strauß, die zusammen mit Eichberg nachhaltige Hebammenarbeit bei der Heraufkunft neuer Rechter heutigen Zuschnitts leisten sollten, wiewohl seinerzeit die Selbstbezeichnung als junge Rechte üblicher war, soweit man sich überhaupt selbst derart festlegte. Denkbar, dass der spätere Soziologie-Professor Robert Hepp an genau diese jungen Rechten dachte, als er unter dem Eindruck der im April 1962 mit einem Essay von Armin Mohler begonnenen Debattenreihe »Was ist heute eigentlich konservativ?« in der westdeutschen Politik- und Kulturzeitschrift »Der Monat« einen Leserbrief verfasste, der als eigenständiger Meinungsbeitrag abgedruckt wurde. Epp stand damals kurz vor dem vorläufigen Abschluss seines Studiums an der Universität Erlangen und war gemeinsam mit seinem Bruder Marcel Leiter der Studentengruppe »Konservative Front«, die dort, wie zuvor bereits ab 1958, an der Universität Tübingen die »Politisch-Medialen Kampfmethoden« der damals noch kaum ausgeprägten linken Studentenbewegung vorweggenommen hatte. Zeitgleich studierte auch Sven Thomas Frank in Erlangen, und zwar bei Hepp's späterem Doktorvater Hans-Joachim Schöps. Eine Bekanntschaft der beiden ist nicht auszuschließen. Es waren von der Bundesrepublik als solcher entfremdete Jugendliche neue Rechte, um die sich Hepp's Einsendung wesentlich drehte. Er begriff die Monatdebatte mit selbstgefälliges, realitätsfernes Geschwätz, sogenannter Konservativer, auf dem Weg in die geschichtliche und politische Bedeutungslosigkeit. Und sein hochverdichteter Leserbrief zielte ausdrücklich darauf ab, Zitat, die Unmöglichkeit des Begriffs konservativ zu entlarven. Zitat Ende. Neben der Absage an Versuche einer parteipolitisch inszenierten Wiedergutmachung des Nationalsozialismus auf finanzieller oder gesellschaftlicher Ebene, postulierte Hepp einen sich in der deutschen Jugend formierenden Unwillen gegenüber dem antithetischen Verhaftetsein der Bundesrepublik in ihrer Vorgeschichte. Zitat, Die junge Generation wehrt sich gerade gegen den historischen Narzissmus, der sich am Ende immer als perverser Narzissmus entpuppt. Aus ihren Reihen hört man immer häufiger den Vorwurf, die Bundesrepublik stagniere in fauler Reaktion. Die Jugend steht bekanntlich nie auf der Seite des Status Quo. Und ein Vermoos der Vergangenheit überwuchertes Staatsgebilde wird gleich gar nicht ihre Sympathie gewinnen. Die Besten, vor allem die Studenten, stehen abseits, üben politische Abstinenz oder gefallen sich in frisch-fröhlicher Opposition. Die meisten schweigen. Zitat Ende. Wohl scheine es, als sei das politische Interesse und der Wille zur politischen Artikulation unter den jungen Menschen weitgehend zum Erliegen gekommen, darunter aber brotlös. Zitat, Sie fluchen und schimpfen wie die Rohrspatzen auf die Demokratie und die Bundesrepublik. Diese großen Schweiger haben ihre Sprache noch nicht gefunden. Sie kennen die Frageverbote einer freiheitlichen Demokratie und ihre fast verfassungsmäßig verankerte Sprachregelung. Weil sie aber gleichzeitig ihre Schwächen durchschauen, halten sie sich von den vielen Diskussionen fern, die unser Staat zum Beweis der Freiheit so unermüdlich organisiert. Zitat Ende. Für Hepp waren dies, die neuen Rechten, neu nicht im Sinne einer Wiederkehr des Gedankenguts konservativer Restaurateure und Reaktionäre, sondern aufgrund des ganz eigenen Charakters ihrer von der bundesrepublikanischen Scheinheiligkeit desillusionierten Anschauungen. Konstitutiv für diese neuen Rechten seien allein ihre wiederkehrenden Friktionen mit dem sogenannten System. Darüber hinaus seien sie politisch weitgehend heimatlos, hätten diverse Selbstbilder und Subkulturen vergeblich durchprobiert, sich letztlich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner des Widerstands besonnen und schwankten nun zwischen heroischer Vereinsamung, innerer Emigration und der vorsichtigen Zusammenkunft mit Gleichgesinnten zu einem allmählich anwachsenden, Zitat, labyrinthischen Netz unterirdischer Beziehungen. Zitat Ende. Letzte Konsequenz sei eine dissidente Strömung neuer Art, welche den Kampf gegen das liberale Establishment genauso führen sollte, wie den gegen die Linke. Entgegen allen Geschreis von nie wieder werde der neue Konservatismus nicht mehr unter der Fahne des Nationalismus marschieren, sondern sich in ein linkes Gewand hüllen, um argumentativ auf der Höhe der Zeit zu sein und der erwartbaren behördlichen Verfolgung zu entgehen. Ohnehin seien die klassischen politischen Lagerbegriffe längst bedeutungslos. Zitat, links oder rechts, das heißt hier und heute Kollaboration und dazu gehört im Freien Westen auch die bloße Opposition oder Widerstand. Entweder geht man mit der Zeit und wählt SPD oder man wählt gar nicht, wenn man keine Wahl hat. Dann befindet man sich allerdings schon Orla-Loi im Todesstreifen, auf sich selber gestellt. Zitat Ende. Dies war ein sehr deutlicher Anklang an Karl Schmidts Begriff des Politischen und die demnach zu erwartenden, Zitat, offenen oder in generellen Umschreibungen versteckten Arten der Ächtung, des Bannes, der Proskription, Friedloslegung, Orla-Loi-Setzung mit einem Wort, der innerstaatlichen Feinderklärung, Zitat Ende, gegenüber dem politischen, dem totalen Feind, eben gegenüber jenen, das parteipolitische System der Bundesrepublik ablehnenden Widerständlern. Hebs provokative Wortwahl, sein Hohn über Linke ebenso wie über Konservative, sowie der suffisante Schlussverweis auf ein, Zitat, lustig zu lesendes, Zitat Ende, Kleinkampfhandbuch aus der Schweiz, das weit verbreitet sei, legen Zeugnis ab über das Selbstverständnis des damaligen studentischen Aktivisten nicht-linken Zuschnitts, intellektueller Widerstandskämpfer von rechts im progressivem Sinne zu sein, zum, Zitat, Waldgang auch ohne Wald, Zitat Ende, bereit und ohne Rücksicht auf die gesellschaftlichen Konventionen der Bundesrepublik in ihrer, Zitat, ideologischen Überfremdung, Zitat Ende. In der unmittelbaren Folge sollten diese scheinbaren großen Schweiger der studentischen Linken umfangreich vorführen, wie eine revolutionäre Publizistik auszusehen hatte. Wesentlicher Anstoß zur Verschärfung des jungen rechten Tons war der Mauerbau 1961. Dies lag nicht zuletzt daran, dass die vorderste Reihe der aufstrebenden Theoretiker oft ein innerdeutscher Fluchthintergrund verbannt. Henning Eichberg etwa, stammte gebürtig aus Schlesien, hatte seine Kindheit in der sowjetischen Besatzungszone verbracht und war 1950 mit seinen Eltern von dort nach Hamburg geflohen. Während der in Lettland geborene volksdeutsche Wolfgang Strauß 1950 mit 19 Jahren als Angehöriger eines liberalen Dissidentenkreises von der sowjetischen Militäradministration erst zum Tode, dann zu 50 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden war und die folgenden dreieinhalb Jahre im Gulag von Vorkuta zugebracht hatte. Grundsätzliches Movens dieser Nachwuchsrechten war dabei aber nicht der holzschnittartige Antikommunismus nach Art der US-Propaganda des Kalten Kriegs, wie ihn die konservative alte Rechte in ihrem Ringen um gesellschaftliche Anschlussfähigkeit derzeit pflegte, sondern vielmehr die Ablehnung des vorherrschenden Blockdenkens zugunsten einer multipolaren Weltordnung. In der Tradition des Nationalneutralismus der frühen 1950er Jahre wurde dabei mindestens die Konzeption eines starken, idealerweise geschlossenen Europa verfochten, welches das zumindest in der Theorie weltmörderische Gefahrenpotenzial des Ost-West-Konflikts hätte ausbalancieren können. Bei der Aus- und Weiterbildung dieses Ideologems, das sich letztlich in Entwürfen wie dem sogenannten Befreiungsnationalismus sowie dem bis heute vielfältig missverstandenen Ethnopluralismus manifestieren sollte, kam den kühnen Entwerfern unter den jungen beziehungsweise neuen Rechten, allen voran Henning Eichberg, eine Altrechte Prägung zugute, nämlich die durch das Projekt Nation Europa. Diese Zeitschrift war bereits 1951 in Coburg entstanden, erreichte zeitweise eine monatliche Auflage von 10.000 Exemplaren und war zumindest in ihren ersten zwei Jahrzehnten durch den Herausgeber und leitenden Redakteur Arthur Erhard dem pan-europäischen oder euro-faschistischen Geist der Waffen-SS verhaftet, im Sinne einer verbindenden gesamteuropäischen Erhebung gegen Fremdherrschaft von Ost ebenso wie von West her. Während die Thematisierung national wie sozial revolutionärer Strömungen in diversen europäischen Staaten der Zwischenkriegszeit der Erlebnisgeneration meist lediglich als Mittel zur Bewältigung der eigenen Biografie diente, nutzte insbesondere Eichberg diese Bezüge auf klassisches nonkonform rechtes Denken als Sprungbrett zur Entwicklung eines neuen Nationalismus, der die nationalstaatlichen Grenzen transzendieren und den europäischen Kontinent als gemeinsame Heimat unterschiedlicher Regionalismen innerhalb der gleichen Schicksalsgemeinschaft begreifen wollte. 1964 war die Legion Europa in drei unterschiedliche strategische Strömungen zerfallen. Eine parteipolitisch pragmatische, die binnen Jahresfrist daran scheiterte, die CDU zu unterwandern, eine pan-europäisch- aktivistische, deren Berufung auf den Belgier Jean Therriard mit seinem Europa der 400 Millionen Menschen von Lissabon bis zum Ural ungehört verhallen sollte, sowie zuletzt die weltanschaulich-theoretische Gruppe um Lothar Penz, welche zur Erarbeitung der Grundlagen eines neuen Nationalismus wie auch eines neuen Sozialismus ab März 1964 die Zeitschrift Junges Forum herausgab. Hinzu trat das sich in die Tradition Preußens und der deutschen Jugendbewegung stellende Blattfragmente. Zusammen mit der ab 1970 erscheinenden Schriftenreihe Junge Kritik und dem deutschen Studentenanzeiger war um 1968 beziehungsweise in dessen unmittelbarem Nachgang das vierblättrige Kleeblatt der neu-rechten national-revolutionären Publizistik komplett. Dieser neue Gestus führte auch zum Schulterschluss mit europäischen Brudervölkern. So besuchte Henning Eichberg 1966 ein theoretisch aktivistisches Zeltlager der Gruppe von Intellektuellen und Aktivisten um die französische Zeitschrift EuropeAction und begegnete dort, neben Dominique Venner, auch einem gewissen Fabrice Laroche, der nur wenige Jahre später unter seinem bürgerlichen Namen Alain de Benoit bekannt werden sollte. Auf der anderen Seite des rechten Binnenspektrums entstanden ab Mitte der 1960er Jahre ebenso Organe eines verjüngten Nationalkonservatismus, die gleichwohl ebenfalls nicht von der noch vor ihrer vollen Blüte stehenden Studentenbewegung beeinflusst waren, sondern vielmehr einer geargewöhnten Infiltration durch östliche Einflussagenten entgegenwirken wollten und dabei unter dem Eindruck des zunehmenden innenpolitischen Reizklimas insbesondere die SPD ab Dezember 1966 im Rahmen der ersten Großen Koalition immerhin an der Bundesregierung beteiligt, als fünfte Kolonne Moskaus ausgemacht hatten. Insbesondere ist hier das ab 1965 erscheinende Organ Mut zu nennen, das lange Jahre mit dem Untertitel das nationaleuropäische Magazin erschien und gemäß seinem Selbstverständnis als Gesamtrechte Sammlungs- und Debattenplattform mit einer Reichweite von bis zu 10.000 Exemplaren monatlich versehen war. Der im März 2018 verstorbene Herausgeber Bernhard Winzek durfte als Verdienst für sich verbuchen, zumindest bis zur Kehrtwende hin zum systemstabilisierenden Medium ab 1980, insbesondere die internationale Vernetzung wie auch den fortwährenden radikal-rechten Aktivismus seines Publikums vorangetrieben zu haben. Eine wesentliche Ausprägung seiner nationalen Agitation war die Mitbegründung des von 1965 bis 1979 bestehenden in der Anfangszeit stark integrativen Arbeitskreises volkstreuer Verbände. Als schicksalhaft für die weitere Arbeit der mannigfaltigen neuen Rechten in der Bundesrepublik erwies sich jedoch insgesamt nicht erst die bürgerliche Studentenrevolte von 1965, sondern die Gründung der sogar noch bürgerlicheren Nationaldemokratischen Partei Deutschlands am 28. November 1964. Die NPD entstand als Notlösung, um diverse unmittelbar vor der Austrocknung stehende Klein- und Kleinstparteien des nationalkonservativen Spektrums bei angestrebter deutlicher Verjüngung des Mitgliederspektrums in einer schlagkräftigen neuen Formation zusammenzuführen. Bei der folgenden Bundestagswahl im September 1965 erreichte die Partei aus dem Stand 2,0% und zog innerhalb der folgenden drei Jahre vor dem Hintergrund des rapide abschwellenden sogenannten Wirtschaftswunders in nicht weniger als sieben von zehn Länderparlamente der damaligen Bundesrepublik ohne Westberlin ein. Aufgrund dieser unerwartet starken Zugkraft sowie ihres ausgeprägten Integrationsanspruchs so wurde etwa der 1967 gegründete Nationaldemokratische Hochschulbund binnen kurzer Zeit zu der intellektuellen Kaderorganisation für Sothor von Waldstein die Suche nach einer neuen Identität vermochte es die NPD mühelos alle bereits vorher vorhandenen und ab 1964 hinzukommenden nationalen beziehungsweise nationalrevolutionären Energien und Humanressourcen mehr oder weniger eng an sich zu binden. Dabei darf nicht vergessen werden dass diese integrative Wirkung zugleich eine hegende im Sinne des damaligen Charakters der NPD als bürgerlich national konservative Honoratiorenpartei war. Sicherlich nicht ganz von ungefähr soll doch der seinerzeit wesentlich prägende Vorstandspolitiker und nach einigen parteiinternen Intrigen von 1967 bis 1971 Bundesvorsitzender der NPD Adolf von Tadden in exakt den vier Jahren seines Vorsitzes bezahlter Einflussagent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 gewesen sein NPD Mitgründer Wolfgang Frenz der Wittaden selbst von der deutschen Reichspartei hergekommen war stand ab 1961 fast 35 Jahre lang im Sollt des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes seine Aufdeckung als V-Mann aufgrund von behördlicher Nachlässigkeit Anfang 2002 brachte die Einstellung des ersten Verbotsverfahrens gegen die NPD ins Rollen und verleitete hämische Beobachter zu der offenkundig nicht falschen Feststellung dass es sich bei den Nationaldemokraten um Zitat auch eine Partei der Staatsschützer Zitatende handele In die Zeit des Parteivorsitzes Taddens fiel der aufsehenerregende NPD-Wahlkampf zur Bundestagswahl 1969 in einer von drei Jahren Großer Koalition und eben auch den Entwicklungen ab 1968 hochpolarisierten westdeutschen Gesellschaft Das Resultat war demütigend Die NPD die fest mit einem Einzug in den Bundestag gerechnet hatte und darin von den Einschätzungen mittig positionierter politischer Kaffeesatzleser auch bestätigt worden war kam letzten Endes nur auf 4,3% der abgegebenen Stimmen In der Folge machte sie zahllose Metamorphosen durch und musste sich ab den 1970er Jahren mit kurzer Unterbrechung in der politischen Bedeutungslosigkeit oberhalb von Kommunalparlamenten abfinden Ein ähnliches Schicksal traf auch viele Zirkel der neuen Rechten die sich im Vorfeld der Wahl mehr oder weniger offen auf die Seite der NPD als letzte Hoffnung einer radikal rechten demokratischen Teilhabe geschlagen hatten Die 1965 aus nationalrevolutionären Reservoirs und Restbeständen der SRP hervorgegangene Aktionsgemeinschaft unabhängiger Deutscher konnte nie aus dem Schatten der Nationaldemokraten heraustreten auch wenn sie aufgrund ihrer tatsächlichen reaktiven Beeinflussung durch die APO Zitat Partei der rebellierenden Jugend Zitat Ende ideologisch interessanter erschien 1980 sollte sie sich zugunsten der neu gegründeten Grünen auflösen ebenso wirkungslos blieb die 1962 gegründete unabhängige Arbeiterpartei Deutsche Sozialisten die sich mit Eintritt des Theoretikers Wolfgang Strauß in den Vorstand Ende der 1960er vorübergehend dezidiert nationalrevolutionären Standpunkten annäherte Auf der im engeren Sinne jungrechten intellektuellen Seite kam es 1972 mit der NPD Abspaltung Aktion Neue Rechte kurz ANR zu einem letzten Aufflackern revolutionären Geistes Gründer der ANR war der ehemalige bayerische NPD Landesvorsitzende Siegfried Pöhlmann mit dem Ziel Zitat einen neuen Anfang im Kampf um Deutschland zu setzen da die NPD ausgespielt habe Zitat Ende Zum Verfasser des ANR Manifests wurde Henning Eichberg erkoren der zusammen mit seinen Gesinnungsfreunden der neuen Gruppierung anfangs eine in Teilen nationalrevolutionäre oder befreiungsnationalistische Programmatik sozusagen unterschieben konnte Alle diesbezüglichen Hoffnungen verflogen jedoch bald nachdem sich Pöhlmann auf der Suche nach zahlungskräftigen Gönnern rasch dem Organisationsdickicht und den Herausgeber der Nationalzeitung Gerhard Frey annäherte der für die jungen Rechten einen Reaktionär darstellte überschwängliche Bekenntnisse zur Bundesrepublik ablegte und in der bezeichnender Weise Recht und Ordnung getauften ANR Zeitung jedweden Radikalismus mit aller Entschiedenheit zurückwies Bereits Anfang 1974 zerbrach die ANR an den Spannungen zwischen national konservativem und national revolutionärem Lager Letzteres sollte bis in die 1980er Jahre hinein in immer kleinere bedeutungslose Splittergruppen zerfallen Kommen Kommen wir zum Schluss Unzweifelhaft ist Neue oder Junge Rechte im Plural traten in der Bundesrepublik bereits lange vor 1968 auf den Plan Dem von Grund auf kritisierten parlamentarischen Apparat als Radikale ein Gräuel erkannten sie die Bedeutung der Metapolitik und suchten nach außerparlamentarischen Synthesen von Sozialismus und Nationalismus Wissenschaft und Willenskraft Nation und Europa Theorie und Handeln ihr Denken war revolutionär ihre Aktionen provokant ihre Gruppen wurden zerrieben zwischen ideologischem Sektirertum parteipolitischen Enttäuschungen sowie dem Verhaftetsein des Großteils der deutschen Rechten in Deutungsmustern und Ideologemen des 19. Jahrhunderts was sie von der bürgerlich linken Studentenbewegung hätten lernen können wäre allenfalls der selbstvermarktende Flirt mit Medien und Institutionen gewesen dass aber eben dieser es nach wie vor nicht wert ist sich um eines Platzes am politmedialen Katzentisch willen die eigenen Zähne zu ziehen ist die gültige Lektion der neuen Rechten in Deutschland vor und nach 1968 eine Lehre die die heutigen Diskurswächter weit besser verstanden haben als die sogenannte neue Rechte in ihren schillernden Ausprägungen selbst zu schillernden schillernden zu ver